Let's Play Paper Mario 2 Wir wollten mit Luigi quatschen, aber ich habe keinen Bock mit Luigi zu quatschen, weil seine Geschichte ähnlich ist wie die unsere, aber die hören wir uns später noch an. Da habe ich jetzt erstmal keine Lust drauf. Erstmal möchte ich nach Falkenheim gehen. Und gleich vorweg, wir werden unser drittes, nein, nicht drittes, viertes Teammitglied bald bekommen. Und das wird ein kleiner Baby Yoshi sein. Und ich möchte euch entscheiden lassen, was er für Namen bekommt. Er kann natürlich verschiedene Farben haben, ich weiß selbst nicht, welche er bekommt. Also wäre es ganz cool, wenn ihr von Namen wie Blacky oder Blaumann oder so absehen könntet. Luft durch nach Falkenheim mitbringen. Darf ich dich bitten, dein Flugticket zu zeigen? Ja, hier, nimm. Und, ähm, da solltet ihr mitbestimmen. Ich möchte, dass ihr einen Namen für den kleinen Kollegen sucht. Ähm, auf meinem Thumbnail könnt ihr, glaube ich, schon sehen, wie er in etwa aussieht. Also dieser grüne ist der Standard. Yoshi. Yoshi. Und, ja, daran könnt ihr euch eigentlich richten. So sieht er im Grunde aus, dann so. Ja, und das wäre dann ganz cool. Deswegen werde ich auch, glaube ich, nur diesen und den nächsten Part jetzt zusammen aufnehmen und danach erstmal eine Pause machen, weil wir, glaube ich, im dritten Part, ich meine rein zeitlich müsste das ungefähr hinkommen, äh, schon den nächsten Yoshi bekommen. Und von daher wäre das eigentlich ganz praktisch. Das wollte ich eigentlich in den vorherigen Aufnahmen schon machen, aber hatte ich dann irgendwie völlig vergessen. So, wir bewegen uns jetzt in Kapitel 3. Was steht denn da? Kampf der Champions. Oh yeah, wie aufregend. Auf geht's, auf geht's. Ach ja, wow, das ist groß. Ja, braucht man immer so lange, um da hinzufliegen. Achso, ich glaube, das ist nur das erste Mal, diese Anzeige, wie man da hinfliegt. Hinterher, man kann ja noch öfter mit dem Luftschiff fliegen. Da, äh, sieht man das dann nicht mehr. Ich frage mich, wie diese Insel so lange fliegen kann. Hat wohl genug Treibstoff eingepackt, voll die verschwenderische, voll die verschwenderische Insel. Ach ja, diese Stadt ist cool. Das ist eins meiner Lieblingskapitel im Übrigen. Hat schon Stil, muss man sagen. So, wir befinden uns nun in Falkenheim. Das ist also Falkenheim, die Stadt in den Wolken. Wie das wohl funktioniert, dass sie am Himmel schwebt, hat man auch gesehen. Die haben unten so Turbinen, so Turbinen und ähnliche Dinger. Hoffentlich fällt sie nicht runter. Schissbuchse. Ich glaube, die fliegt hier schon ein bisschen länger rum. Die wissen wohl, wie das geht. Ach ja, das sieht mehr aus wie so ein Festival, Freizeitpark. Lass uns nach dem Sternjubel suchen, Mario. Ja, lass uns auf die Suche machen. Was haben wir denn hier überhaupt so Schönes? Ach, wir können hier rumstampfen, fällt mir gerade auf. Ich meine, hier war noch irgendwo so eine Platte auf dem Boden. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Oder ist sie überhaupt hier? Ja, Tatsache. Da stehen wir wieder drauf. Wir fetten Säcke. Tada! Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ach stimmt, das habe ich vergessen. Ich wollte mit der Sternsplitter-Dame. Eigentlich ist das ja ein Typ. Ich habe die mal für eine Frau gehalten. Also quatschen, aber das haben wir dann jetzt. Oh, da ist noch einer. Das habe ich dann irgendwie auch verdrängt. Ach man, Leute. Items, warte. Wo waren die oben, ne? Ja, was haben wir denn hier? Feuerblume, Trockenpilz. Ja, das reicht für den Anfang. Damit bin ich voll und ganz zufrieden. Eine Bombenfamilie. Bob-Ombige-Familie. Da ist eine Insignia. Da komme ich später noch zu. Hier ist ein dicker Schalter. Wo? Draufgestampft. Ich liebe diese Animationen. Die sind einfach so simpel, aber dennoch genial. Ist hier noch irgendwo was? Können wir hier hinterherlaufen? Scheinbar nicht. Hier. Auch nicht. Na, dann erst mal hochgehen. Gucken, was es da so schönes gibt. Oh, eine Kiste. Offenbare mir, was in dir steckt. Kraft plus P. Angriffswert deines Mitstreiters steigt um 1. Aha. Den kann ich sogar anlegen. Haha. Wie praktisch. Also das ist der, ähm... Der Orden erhöht die Angriffskraft jedes meiner Partner um 1. Was ist denn das? Wie komme ich denn da dran? Ach so, ich weiß, wie ich da dran komme. Ja, aber erst später. Ähm. Ja, und der macht dann halt 1 Damage mehr im Kampf. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, wo können wir hier mit hinfliegen? Aha, auf dem Hotdog stand. Ja, interessant. Wenn wir das nochmal brauchen sollten, merke ich's mir. Gut, hätten wir hier also soweit alles abgeschlossen, bis auf diese Insignie. Ich glaube, die kann man sich noch holen. Ich will mir die jetzt holen. Ist hier ein Block drunter? Ja. Weil sonst wären wir zu klein und hätten das nicht geschafft. Das sind, äh... Hammerbruder. Wie heißen die? Asku-Patrouille oder so ähnlich. Und der andere ist ein Pieks... Pickelhauben... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Erstmal hier rein. Gucken, was es so gibt in diesem Häuschen. Aha. Sieht alles recht... recht modern aus. Poster von irgendwelchen Kämpfern an den Wänden wahrscheinlich. Oh, na, Karine. Hallo. Hallo, mein süßer Mr. Schnauzer. Schön, dich zu sehen. Ähm, hi. Alles gut. So, die möchte wohl auch irgendwie nichts von mir. Mit dir will ich nicht reden. Was geht denn hier oben ab? Mal schauen. Ähm, oh. Ein Fotograf. Ein Paparazzi. Ich bin freier Fotograf. Immer auf der Suche nach einem richtigen Knüller. Ja, da bist du hier bestimmt richtig. In deiner Kampfarena. Na dann, mal schauen. Hey, wir waren oben. Oder ist das hier oben? Oh, sehr beeindruckend. Und, sieh dir das nur an Mario. Da findet ein Kampf statt. Ach was. Zeig her. Schluss jetzt mit den Kinderspielchen. Verdammter Mistkerl. Willst du mir jemanden und willst mich immer noch schlagen, oder was? Männer ohne Rückgrat haben mir nichts zu suchen. Bist kaum aus den Windeln gestiegen und willst mich herausfordern? Wag das bloß nicht nochmal. Champion. Was war dein Eindruck von diesem Kampf? Von einem Kampf kann keine Rede sein. Dieser Schwächling hier langweilen mich alle. Die ganzen alle Schwächlinge. Langweiligen Menschen hier. Keiner kann mir auch nur im Entferntesten das Wasser reichen. Das sind doch Waschlappen. Allesamt. Wer etwas anderes behauptet, soll sich sofort zum Kampf stellen. Ich nehme jede Herausforderung an. Ich, ich, ich. Und wer zu feige ist, kann weiter zu Hause hocken und mit seiner Konsole spielen. Du bist gemein. Ich bin der Größte. Ich bin der Champion. Ja, das... Oh, 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 oh. Oh, das Sternjuwel. Mario, schau doch nur. Der Meistergurt. Das sieht doch aus wie... Das ist doch das Sternjuwel. Boah. Das ist ganz bestimmt. Das Leuchten ist unverwechselbar. Aber wenn das das Sternjuwel ist, dann... Dann war's. Gut kombiniert, Dr. Watson. Wir müssen dann den Meistergurt kriegen. Was machen wir nur? Einfach stehlen können wir den Meistergurt nicht. Hä, doch. Wir sitzen ziemlich in der Klemme, Mario. Lass mal stehlen. Mach doch keine Witze, Mario. Sowas macht man nicht. Hm. Wir haben keine Wahl. Mario, du musst Champion werden und den Meistergurt gewinnen. Oh, Mano. Also dann. Wir sollten dich sofort als Kämpfer registrieren lassen. Oh, wie aufregend. Lass uns gleich den Manager suchen. Ja, wir könnten auch einfach Nagerine unten fragen und die stiebitzt uns denn eben, weil sie ja so eine nette, süße... Äh, Maus ist. Ach ja, ach ja. Na gut. Hallo, wir wollen Kämpfer werden. Was? Du willst Kämpfer werden? Hm. Darüber musst du mit dem Manager Club bauen sprechen. Das Büro des Managers ist hier hinten. Er müsste dort sein. Geh also durch. Oh, wie nett. Danke dir. Dö, 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 dö. So. Wo ist denn das? Hier? Dies ist der Aufenthaltsraum der zweiten Liga. Der Zutritt ist hier nicht gestattet. Aha. Okay. Zweite Liga. Gibt's auch erste und dritte Liga? Bist du hier? Das ist der Aufenthaltsraum der ersten Liga. Aha. Hätten wir das auch schon mal? Wo sind wir hier? Was? Du möchtest Kämpfer werden? Gut, dann geh hinein. Club bauen ist drin. Ne, ich will mich erst noch umgucken. Erst will ich mich umschauen. Hier ist ein Schloss vor, da können wir nichts tun. Wer bist du? Das ist die Garderobe des Champions. Unbefugten ist der Zutritt nicht gestattet. Äh, okay. Aber bald wirst du mich durchlassen müssen. Das ist der Aufenthaltsraum der ersten Liga. Der Zutritt ist hier nicht gestattet. Hä? Schon wieder erste Liga? Wie viele erste Ligen gibt es denn? Oder habe ich mich eben vertan? Keine Ahnung, ich will erst mal in diese Box hier reinspringen. Fortuna. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden dem Mario. Er leidet halbiert. Interessant. Wer bist du? Das ist der Aufenthaltsraum der zweiten Liga. Der Zutritt ist hier nicht gestattet. Hä? Was ist denn das für eine komische Aufteilung? Wie viele zweite Ligen und erste Ligen gibt es denn? Ich dachte, es gibt nur eine. Oder werden manche von denen nicht mehr benutzt. Hä? Egal, das gucken wir uns einfach an, wenn wir Zweit- bzw. Erstligist sind. Dann wird sich uns das bestimmt erschließen lassen. Du bist schon beiseite getreten? Sehr freundlich. Hallo. Hey, was willst du? Das hier ist mein Reich. Hat man dir keine Manieren beigebracht, dass du ohne zu klopfen reinkommst? Der hat zu mir gesagt, ich kann reingehen. Aha. Was, ein Kämpfer willst du werden? Ja. Oh, neue Kämpfer sind uns immer willkommen. Aber unsere Kämpfer sind allesamt jung, kraftvoll, energisch und kampfeslüstern. Ein halbes Hemd wie du passt wirklich nicht in unser Programm. Hast du wirklich vor, der strahlende Champion unserer Arena zu werden? Eigentlich wollte ich dir das klauen, aber... Ja, doch. Okay, okay. Null Problemo. Ich verstehe. Du verstehst gar nichts. Ich war schließlich auch mal so ein armer Schlucker, als ich jung war. Aber mit diesem großartigen Körper habe ich mich in den Kampfsport gestürzt. Und schließlich bin ich Champion geworden. Aha. Siehst irgendwie nicht nach einem Champion aus. Heute steige ich nicht mehr in den Ring. Aber damals habe ich so viel Geld gemacht. So viel Geld gemacht, dass ich es in meinem ganzen Leben nicht mehr ausgeben kann. Oh ja, mein Traum hat sich erfüllt. Also... Merk dir eins. Tief in deinem Herzen solltest du deine Träume niemals aufgeben. Und du musst an deinen Traum glauben, um ihn wahr werden zu lassen. Hast du das kapiert? Nö. Ja, 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 bestimmt. Und jetzt, komm mit. Na los. Ja, ja, es ist ja schon gut. Musst du mich nicht irgendwo in so eine Datenbank einschreiben, dass ich jetzt da bin und man mich ein bisschen... Ähm, ne? Ranking-Tabelle und so? Oder geht das bei dir einfach alles so auf Stift und Zettel? Aha. Das ist ja eine coole Area hier für mich. Na, wie gefällt dir das? Das ist die Garderobe des Champions. Ja, bin ich doch. Grandios, oder? Wenn du der Champion wirst, gehört das Zimmer dir. Ganz zu schweigen von dem Haufen Geld, den du bekommst. Auf dich wartet ein Leben in Reichtum... Äh... Ja, in Reichtum und Überfluss. Kann man das sagen? Überfluss von was? Auf dich wartet ein Leben in Reichtum im Überfluss, könnte man sagen, oder? Ach, ist egal. Das ist die Garderobe für die anderen Kämpfer. Und? Nicht gerade grandios, aber sauber. Ich sorge dafür, dass es meinen Kämpfern an nichts wählt. Das ist schön. Das freut mich. Also dann, du weißt ja, dass es auf der Welt nur einen Champion geben kann. Und Champion zu werden, ist ein hartes Stück Arbeit. Aber gerade das ist die Herausforderung. In deinen Augen sehe ich glühenden Kampfgeist. Meine Augen sind schwarz. Ich blinzle zwischendurch. Du scheinst das Zeug zum Champion zu haben. Da bin ich mir ganz sicher. Na gut. Das freut mich. Ach ja. Wenn du wirklich Kämpfer werden willst, musst du diesen Vertrag unterzeichnen. Na endlich. Kein großer Akt. Würdest du einfach hier deinen Namen hinschreiben? Äh, ja, mach ich. Vertrag unterschrieben. Äh, wieso nicht durchlesen und so? Okay, okay. Du heißt also Mario. Schöner Name. Aber als Kämpfername ist er ein bisschen schwach. Ach was. Findest du. Aber klapp bauen. Genau. Ich hab's. Dein Kämpfername ist Bombaluigi. Ein kraftvoller Name, oder? Wieso Luigi? Okay, ich weiß schon. Mein Gespür für Namen ist nicht das Schlechteste. Von nun an heißt du Bombaluigi. Liefere uns heiße Kämpfe. Haha. Warum? So, jetzt bist du ein Kämpfer. In dem ich jetzt eine Sprechblase über den Kopf gekriegt hab. Totskova? Ja bitte? Sie haben gerufen? Wir haben einen neuen Kämpfer. Bombaluigi. Bring ihn in seinen Aufenthaltsraum. Verstanden, Herr Klapp bauen. Also dann, komm mit. Komm mit? Wir sind zu zweit. Beachte Kupio ein bisschen mehr. Er braucht auch so Aufmerksamkeitsgefühle, Dinger. Weißt du, was ich meine? Totskova, ey. Da du jetzt zu den Kämpfern gehörst, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Die da wären. Also zunächst, was Herr Klapp bauen sagt, ist Gesetz. Befolge seinen Anweisungen. Laut Vertrag darfst du deine Registrierung nicht ohne seine Erlaubnis kündigen. Ne, hab ich auch nicht vorgehabt. Darüber hinaus gibt es noch viele Regeln zu beachten, aber dazu komme ich später. Gut. Gut, gut. Gut, ich bin soweit im Bilde. Yay, das ist doch mal richtig nett und einladend. Also, das hier ist dein Aufenthaltsraum. Du beginnst als Zweitligist. Wenn du dir dieses schmuddelige Zimmer missfällt, solltest du schnell in die erste Liga aufsteigen. Aha. Okay, gut. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich an diesem Computer. Das ist ein Gameboy Advance. Gegen wen du antrittst, entscheidet Herr Klapp bauen. Oder die Rangliste. Du darfst nicht ablehnen, hab ich nicht vor. Probier's doch gleich. Geh zum Computer und logge dich mit A ein. Oh, immer diese zwischendimensionalen Gespräche. Wähle dann Kampf. Ah, okay. Mach ich. Äh, nö. Nö, noch kein Bock. Ich werde erst mal schlafen. Ich kann nicht schlafen. Warum kann ich nicht pennen? Totzkova. Automatisches Registrierungssystem. Was möchtest du? Ähm, Rangliste. Die Rangliste brauchst du dir nicht anzuschauen. Du bist auf Rang 20. Kampf sollst du wählen. Ja, ist doch egal. Kampf von mir aus. Hallo, Bomber. Super, dass du es gleich versuchst. Ich wusste doch, du hast Kampfgeist. Im ersten Kampf wirst du gegen die Goomba-Brüder antreten. Ganz easy, glaub mir. Zeig mir einen knackigen Kampf. Und sorge für Stimmung im Publikum. Zeig ihnen mindestens eine Schaueinlage. Die übrigen Regeln wird dir Totzkova erklären. Also, good luck. Ha, gegen Goombas. Du wirst also kämpfen. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Sieger ist derjenige, der zuerst die KP des gegnerischen Teams auf Null bringt. Besiegst du einen höherrangigen Gegner, steigst du im Rang auf. Verlierst du gegen einen Gegner niedrigeren Ranges, kann dein eigener Rang sinken. Aber es reicht nicht nur zu siegen. Du musst die Auflagen im Kampf genau einhalten. Also musst du diesmal dem Publikum mindestens eine Schaueinlage liefern. Erfüllst du das, bekommst du im nächsten Kampf einen höherrangigen Gegner. Bist du... Bist du... Bist du was? Bist du was? Bist du was? Bist du bis Rang 11 aufgestiegen, bekommst du die Chance, in die erste Liga zu wechseln. Das wäre vorerst alles. Hast du alles verstanden? Ja. Also gut. Warte hier, bis du abgeholt wirst. Mach ich. Ich hab eh nichts anderes zu tun, außer vielleicht nochmal pennen zu gehen. Aber das geht ja eh nicht in diesem Drecksbett. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Du wirst abgeholt. Also dann, viel Glück. Ja, den werde ich bestimmt brauchen. Den Glück? Den Glückwunsch. Ach, genial. Da sind sie schon. Es folgt der Kampf zwischen den Gumba-Brüdern, bekannt auch als kosmische Steinköpfe. Was zur Hölle? Und den vielversprechenden Newcomer, Bomba-Luigi. Die Gumba-Brüder warten schon ungeduldig im Ring auf ihren Gegner. Also, wie fühlt ihr euch heute? Hm. Wir sind total heiß auf den Kampf. Bomba-Luigi heißt der Kerl. Uns warten zu lassen, ist ziemlich dumm von ihm. Aber wir werden dem grünen Schnabel schon Manieren beibringen. Vielleicht sollte er schon mal die Ambulanz bestellen. Das sind harte Worte für einen Gumba wie dich. Oh, endlich betritt Bomba-Luigi den Ring. Es zeugt von Selbstbewusstsein, als Newcomer gleich zu spät zu kommen. Äh, ich konnte nichts dafür. TotScore war zu lange geredet. Also, Bomba, ich werde dir kurz die Regeln erklären. Auf ihn! Gegnerischer Erstangriff. Ja, super. Unser erster Kampf beginnt direkt. Sehr nett. Und ich habe verkackt das Kombo-Dings. Hey, da stand gerade, was ich tun soll. Niederträchtiges Pack. Die greifen ja schon an, bevor der Gong schlägt. Los, Mario, denen zeigen wir es. Sie werden um Gnade flehen. Ja, das sowieso. Hehe, das war die Begrüßung fürs zu spät kommen. Bedankt euch, Artig. Äh, nope. Nope. Ähm. Nope. So, du machst jetzt erstmal die Show-Einlage, wie von uns gewünscht. Hier habt ihr eine Show-Einlage. Und Kupio, du rennst da mal eben schnell durch. Da machen wir gar keinen großen Akt raus. Oh, 4 Damage. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Mann, wie viel Schaden. Kupio, du gefällst mir richtig gut. Gumbrina wird jetzt auch extrem hardcore. Die macht jetzt auch 6 Damage auf einen Gegner. Huh, huh, huh. Huh, man. Du hast gesiegt, Bomber. Aber sag uns, wie war der erste Kampf für dich? Äh, langweilig. Ein fantastischer Kampf und ich zähle auf dich für die nächsten Begegnungen. Ähm, nun, du bist der neue Held. Bitte tritt. Was laber ich da? Ich bitte um Applaus. Bravo, Bomber Luigi. Was für eklige Worte der benutzt. Der geht mir voll auf und sagt, die passen immer voll gar nicht. Alles abgehackt und grrr. Klappbauen. Du nervst. So, geh weg. Der Kampf eben war ganz passabel, Bomber. Aber ein Profi sollte sein Publikum etwas besser zu begeistern wissen. Wie denn mehr als eine Show-Einlage, bitte? Beim nächsten Mal erwarte ich eine aufregende Vorführung. Alles klar? Äh, also dann. Totskowa wird dir deine Gage geben. Aha. Führt sie das? Bitte, deine Gage. Hier hast du drei Münzen. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Hast du verstanden? Mario steigt auf Rang 19. Wenn du bereits zu einem neuen Kampf bist, wähle wieder Kampf am Computer. Deinen aktuellen Rang kannst du ebenfalls am Computer erfahren. Bis zur Festlegung deines nächsten Kampfes kannst du dich frei bewegen. Das ist klar. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Hast du deine Banane am Kopf? Hey Greenhorn, wie war dein erster Kampf? Das weiß ich nicht. Hey, du bist cool. Ich bin Marono. Kämpfer in der zweiten Liga, genau wie du. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Ja, das wäre cool. Das da ist Bombasto. Hallo. Wenn wir einander schon so förmlich vorgestellt werden, lass mich dir einen Rat geben. Totskowa hat dir das zwar schon gesagt, aber du solltest dich wirklich strikt an die Anweisungen vom Chef halten. Gelingt dir das, bekommst du im folgenden Kampf einen höherrangigen Gegner. Wenn nicht, ist dein nächster Gegner im Rang unter dir. So schaffst du es also nie, dir einen höheren Rang zu erkämpfen. Bombastos Ratschläge sind manchmal ganz hilfreich. Frag ihn ruhig ab und zu. Mach ich. Nicht nur manchmal. Mein Rat ist immer gut. Das hier ist Samum. He he he. Hey, meist bin ich nicht hier, aber wenn du mich siehst, dann sprich mich auf jeden Fall an. Im Übrigen, wenn du dich ins Bett legst, werden KP und BP aufgefüllt. In dem kuscheligen Bett des Champions wird sogar die Sternenergie aufgefüllt. Das ist ein sehr netter Hinweis. Und das hier ist Felshelm. Felshelm, geil. Hey, Marono. Tu doch nicht immer so, als wären wir alle Freunde. Er ist nicht gerade die Liebenswürdigkeit in Person. Das habe ich gemerkt. Das sind alle, die zur Zeit in diesem Zimmer untergebracht sind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, sprich ruhig einen von uns an. Ach, und wir müssen bestimmt auch mal gegeneinander kämpfen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du auch in der zweiten Liga bist. Ich sollte meine Gage ausgeben, die drei Münzen. Möchtest du pennen? Ja, lass mal schlafen. Hahaha. Hehehe. Bis zum nächsten Mal.